Und schau mich hier jetzt mal um. Eigentlich müsste ich noch ein... Ah, da sieht man noch mehr. Oh! Uiuiuiuiui. Kann ich den runterkloppen vielleicht? Hallo! Geh weg! Also... Ich hab Angst. Gehen fort! Pfff! Ha-ha! Stirb! Oh, noch mehr Viecher. He-he-he! Höhlenangst hab ich jetzt zwar nicht unbedingt, aber... Weiß ich, soll ich jetzt da hingehen oder soll ich erst mal... Soll ich erst mal nach da... Ach, ich geh erst mal... Ne, ich geh einmal rundherum und... Mach's dann... Ich hoffe, da gibt's noch irgendwie Abzweigungen in andere Höhlen oder sowas. Weil ich will nicht irgendwie auf größere... Äh... An sich will ich schon, ähm, größere Höhlen haben und so, aber... Äh... Moment mal, irgendwas stimmt grad nicht an meiner Aussage. Ich will eigentlich größere Höhlen haben, damit wir, ähm, nicht irgendwie, ähm, mehrere kleinere durchsuchen müssen. Auch erhöht sich bei, äh, je größer so ein Tunnel, äh, so eine Höhle ist, erhöht sich auch die Chance, dass wir auf... ...Diamanten, auf Gold, auf Lapislazuli treffen, auf, äh, Redstone. Na toll. Kohle! Wo ist der Creeper hin? Weh, der klettert jetzt irgendwie hoch. Wird jetzt zum, zum Ninja-Creeper. Assassin's Creeper 3. Genau. Uiuiuiui. Sollte vielleicht möglichst nach oben hin. Ähm. Hallo. Was ist das für ein Loch? Ach, Moment, da waren wir ja auch gestorben. Komm schon, das sollte vielleicht mal wieder Tag werden, dann hätten wir nicht so viele Probleme, auch mit dem Licht. Ähm. Kohle! Das ist schon ein bisschen länger, glaub ich, äh, ähm, diese Schlucht ist schon etwas länger hier. Also, länger im Sinne von, äh, im Sinne von der Größe. Und ich fall nicht runter, wenn ich hier, wenn ich mich hier runtergrabe. Gehüft. Mal wieder ein Kohlevorrat. So, und jetzt hier hoch. Ich hab das Gefühl, dass ich gleich auch, äh, meine... Ne, mach ich nicht kaputt, meine Fackel. Sehr schön. So. Von oben kommt nichts, hoffe ich. Ach, hallo Creeper. Da bist du ja. Vielleicht sollte ich auch mal hier zumachen. So ein bisschen zumindest. Nicht, dass da wirklich irgend so ein Viech auf Idee kommt, entweder uns von da oben abzuschießen. Oder irgendwie anderweitig zu schaden. Uiuiui. Ah, da kann ich auch noch zumachen. Upsala. Und da. Ja, wenn ich dann, ähm, später dann auf der anderen Seite wieder zurückgehe, hoffe ich, kann ich dann ja... Wohl, gib mal her. Da bappe ich eine Wand. Da ist... Ich hab das Gefühl, dass hier hinter... Ne, doch nicht. Gut. Gut, 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 gut. Es geht ja noch weiter. Und es wird hell. Sehr schön. Es wird hell. Gut, 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 gut. Uah! Moment. Ah. Äh, dann. Da hinter ist noch was. Ich fühle es. Ah, dahinter ist ein Abgrund. Hehehe. Hehehe. Wie weit geht es dann noch? Hm. Huh. So, von hier aus jetzt einen Blick riskieren um die Ecke. Hallo. Schade, dass man nicht irgendwie Granaten oder so runterschmeißen kann. Das wäre was Schönes. Hehehe. Na toll. War nichts Wichtiges. Also an sich bin ich hier auf der Seite durch. Obwohl da ist... Da könnte vielleicht noch was sein. Hm. Naja, dann mach ich halt die Fackel kaputt. Aua. So, das war dann die erste Spitzhacke, die kaputt ist. Na ja, an sich die zweite, wenn man es genau nimmt. Aber erste Steinspitzhacke. Nee, hier ist nichts mehr. Wir sind am Ende der... ...der Schlucht auf der höchsten Ebene angekommen. Da gibt es nichts. Schauen wir uns hier noch irgendetwas zu finden. Nö, an sich nicht. An sich nicht. Ähm, dann baue ich mich mal da rüber. Ganz vorsichtig natürlich. Ist ja klar. So. Baue ich hier mal zu. Wirklich für den Fall der... Da gibt es ja noch mehr Eingänge. Bäh. Das ist ja komplett... ...zu... ...einfach... Ja, komplett offen eigentlich nur. Da ist alles zu. Sehr schön. Das ist ja echt alles offen. Hallo. Dann bringt es mehr, wenn ich mich hier jetzt nach oben bauen würde. Und hier sozusagen so eine Wand aufstellen würde, wenn ich noch Material und so hätte. Na guck mal, machen wir halt ein bisschen davon kaputt. Und bauen diese Wand hier hoch. Ich will da nämlich nicht irgendwie aus Versehen mal da reinfallen oder irgendwie was anderes. Huh. Verbissen. Dörr. Ne Höhle. Ja. Das merke ich mir. Das merke ich mir. Das merken wir uns besser. Äh, hier ist noch was offen. Böse, 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 böse. Äh. Ne, das war nicht unser Eingang. Oh. Hier ist zu. Äh, das bringe ich mir vorsichtig bei Sicherheit ins Inventar. Oh, da ist noch was. Wo bin ich? Achso, ja. Dann kann ich da einmal rüber. Ich finde es toll, dass da auch unten Schnee liegt. Oh, es hat was. Es hat was auf jeden Fall. Wie sind wir eigentlich hier reingekommen nochmal? Äh, beziehungsweise wo? Ähm, dann... Das bringt doch nichts, wenn ich hier alles zubaue. Oh, ich baue mich mal hoch kurz und schaue mir das dann von oben an. Dann mache ich hier einfach hoch zu. Und, ähm... Gib her. Na. Lass ich. So, dann eigentlich nur noch dieses Löschli da. Ja, jetzt hatten wir hier wirklich alles zu. Also, wie es aussieht. Dahinter, dahinten nur noch. Aber von da sind wir, glaube ich, auch gekommen. Uh. Ähm. Gekommen. Habe ich mich nicht hier runtergearbeitet? Ich glaube schon. Oh, Angst. Ja, stimmt. Hier war der Creeper. Da wollte ich erst hin, wenn wir von dort gekommen wären. Obwohl ich jetzt eigentlich auch einfach gehen könnte. Unterschied macht es eh nicht mehr. Also. Hm, hat er nur ein Stück. Ja, da sieht man noch mehr von dem Feld oben. Ah, Nase jucken. Ha, gut. Da können wir hier auch zumachen. Dann laufen wir hier wenigstens nicht wieder rein. Dann bleibt ja an sich nur noch die... Der Boden von der Schlucht. Na. Ähm. Ach, gib her. So. Und da hinten ist, wie ich sehe und nicht durchkomme. Da ist noch Kohle, die ich mir hole. Oh, das reimt sich sogar. Hihi. Oh, Mann. Allerdings komme ich da etwas schlecht dran. Ich merke gerade, ich habe meine eigentliche Unter-Tage-Playlist nicht an. Nein, Kohle. Kohle. Weg. Kohle weg. Hm, schade. Hier ist nichts mehr gut. Dann könnten wir eigentlich den Abstieg wagen. Ähm. Gehen wir mal von hier aus einfach runter. Uh. Bam. Dummer Creeper. Alles deine Schuld. So. Hier. Uh. Oh, Verzeihung. Gehen wir mal hier den Eingang. Gehen hier lang. Langsam hindurch. Ganz langsam und vorsichtig. Irgendwas ist da auf jeden Fall bekanntes. Zumindest warnen wir da mal. Dieht zumindest so aus. Vom, vom Lichtfaktor her. Mal schauen. Mal schauen. So. Herr mit der Kohle. Kohle her. Oder dann. Oder so. Aha, wir sind hier, wir sind hier Ja, hallo Zombies Und, hallo Schweinchen Irgendwann habe ich da ein Schweinchen gehört Das weiß ich doch So, dann muss ich auf jeden Fall hier zubauen Am besten so einmal hier hoch Ich weiß zwar nicht, wieso ich das jetzt eigentlich mache Die Kohle lasse ich jetzt mal da draußen Die holen wir uns eh, wenn wir zurückgehen Außerdem ist hier auch noch genug Kohle Und Eisen, oh noch mehr Eisen Da bräuchten wir, oh Da ist noch was Und da gehe ich noch nicht hin Ich markiere das trotzdem mal Erstmal will ich da das zumachen Woa Woa